Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play, äh, Live Let's Play, Sieve Simulator, hier mit mir im Pirates. Wir machen weiter, wenn wir mit dem Level 20, hallo an YouTube, hallo an Twitch und damit machen wir weiter. So, wenn wir mit dem Level 20. Können wir wohl sagen lassen, das hier kann man auch noch verkaufen. Ähm, wir müssen mal gucken, ob das geht, warte mal. Ich fahr da mal hin. Ah, Übung, ja, wir müssen die Übung in der Lage machen, naja. Ich weiß, ich hab übrigens, ähm, mir, äh, die ÖC geholt. Ist da, haben wir jetzt auch noch ordentlich was. Audi. Genau, oh, das kannst du brauchen, okay. Ja. Danke, viel Scheiß damit. So. Wenn's dich glücklich macht. Genau, genau, genau. So. So, genau, ja, ja. Genau. Genau, ich hab einmal Stolen Games, genau. Und wir haben das hier. Genau, wir haben das hier schon fertig. Ähm. Äh, jep, jep, jep. Wir haben 206, 201, 204, 206. Machen wir mal mit 201 an, was wir mit dem Gartenzwerg kaputt machen. Genau. Kaufen wollen sie mal die Reeds, genau. Kaufen wollen sie mal die Reeds, genau. Besuchen wir die mal. Und, wie gesagt, dann machen wir da. Genau, Job angenommen. Ja, genau, machen wir erstmal die Jobs. Und bevor ich das mache, genau, dann müssen wir üben. Aber das mache ich, das mache ich ein andermal. Nicht jetzt. Wo wir es bestimmt schon können, weil wir es schon besetzt überfügt. Das ist gar nicht mehr. Wie viele Skills haben wir, äh, wie viele Dinge haben wir da eigentlich noch? Wie viele Ziele? Wie viele, äh, wie viele Ziele habe ich schon? Wie viele Level-Skills? Äh, wir haben... Hier, durch die 1, 2, 3... Ich glaube, 30 war das Ende, ne? 33, okay, 33. Äh, ja, welches war das 202? Ne, was waren die Reeds? Ah, es waren die Reeds, die waren, äh, Richie, natürlich. 201, 204. Wut? Ich... Was? Ich weiß nicht. Ach du Kacke, ich muss die jetzt selber ausspionieren. 201, die Reeds. Ich kann das... Oh, nein. Aber gut, die sind hier, das ist ganz praktisch, da kann man das mal üben. Ähm. Oh, nein, wir müssen das jetzt selber machen, den Scheiß. Oh, Gott. Äh, B? War das B? B, B, M, V? Nie gemacht. Kann es weiter kaputt machen, das kann ich. Äh. Warte mal. Oh, oh. Oh, ja, neues Gebiet, das habe ich ja noch kaum angefangen letztes Mal. Oh, nein, da habe ich nur das. Oh, wie habe ich denn noch so viel? Oh, Mensch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. Oh, ja, neues Gebiet, das ist ja noch mal. so habe ich nicht gehabt aber das geld die fang was ja mit service ja gut habe ich nie gebraucht ja sehr gut habe ich nie gebraucht leider deswegen einfach was man nicht brauchte sitzt man halt nicht klar kauft man auch nicht nur von dann weil ich habe jetzt immer über die über die ich habe immer meine leute erledigen lassen ich habe mich selbst nicht einmal gemacht schon erst mal Ich brauche immer mal den Eingang geraden zu werden, um zu lassen wir den entgegen. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Da muss ich auch noch achten auf Taschen und das Ding. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Keine Zuhause. Hm. Müssen wir aufpassen. Dann kann der nicht markieren. Lief extrem unruhig. Ah, wenn schläft der. Ich will ja nicht einfach reingehen, ne? Das wäre auch ein bisschen doof. Stimmt, man könnte ja auch so markieren. Was? Das ist ja die Routine. Oh ja, von der, die eine ist nicht zu Hause. Das ist. Ich glaube mal, warte mal, wenn wir nachts da kommen. Ich hoffe, das mag man nicht mal so doof. Das kann ich mal kurz gönnen, ne? Ja. 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 mit natürlich alle haben wir schon ich hatte mich aber ich bin schon weil ich gelaufen bin hatte ich mich gehört ja wir kommen um 9 uhr wieder da wir warten mal kurz gott warum warum aber vorher aufgemacht hat der subi warum das in ein buch warte mal auf aber weil ich ja das einmal neu warte mal resetten wir mal den scheiß hier irgendwas läuft hier nicht warum auch immer das einbuss beschleunigt werde ich gar nicht mal eingebrochen bin oder aber das irgendwie komisch gespeichert kann auch noch warte mal einmal kurz heraus genau nach hause jetzt fahren wir wieder hin und scheiß ich schätze mal irgendwie weil ich verloren habe irgendwie an den allen buch noch regels zu hat gehabt das war nicht ganz korrekt wenn ich an der ecke vorbei geht locker müssen die ja eigentlich alle penne weiß nicht wie ich die in der kaputt kriegen da ich habe kein hacker ich habe kein hacker pda ach leute was ist denn das hier ja gut dann hol ich mir den auch kurz gut dann holen wir uns noch mal her kapitel was ist denn los ich muss immer ins neue gebiet reinkommen ja ganz anders davor war so zocker dacke easy peasy und jetzt ich hole mal zacker p das kann ich nicht sagen dass ich das nicht habe hoffe ich habe ich genug geld 14.000 muss ich haben ja gut egal ich habe einen auftrag oder passt ja gut was denn was mache ich denn gerade und ich habe warte noch mal bis das ding ach quatsch aber mal jetzt kommen die kommen ja nicht nach hause weil ich weiß nicht wo die jetzt sind ich weiß nicht wo die nach hause kommen so 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 Okay. I don't know. Ah, ich krieg die Alarmalage nicht auf. So, scheiße. Und ich hab mein erstes Teil. Erstmal schön vorsichtig bleiben. Ich hab mein erstes Teil. Was? Was ist da noch drinnen? 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 Vielleicht hol ich mir das auch noch mal später. Das können wir uns dann noch mal holen, damit wir die Fähigkeit haben. Aber gut. Was ist da noch drinnen? 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 Gut. Ich glaube, wir darf nur die nehmen, wo das Ding war. Die nicht. Wieso ist da noch drinnen? Ich hätte die nehmen müssen. Ich bin auch drinnen. Wir dürfen nicht wissen, wo ich bin. Eigentlich dürft ihr es nicht wissen Jetzt war es mir eben sehr hart wundern Er hat es falsch gemacht Ich hätte mich da waagerecht erhalten müssen Scheiße Wir haben Zeit Wir sind da jetzt so gut dabei Die Cloud haben wir schon alles Es wird voller mir weg Okay Gott Wir gucken nicht in die Schenke rein Okay Ich weiß jetzt hier der Hase läuft Okay Man muss sich da ein bisschen neu mit befassen Das ist halt jetzt so ne Was? Warum? Mach die jetzt Ich kann grad eh nichts machen Den bleib mal hier drinnen Unbekannt Unbekannt Okay Dann beide Das verlassen Das verlassen wir mal hier Das verlassen wir mal hier Na gut, da, 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 da. wir haben die noch weg sollten gott und jetzt haben wir vielleicht mal kurz abhauen nach hause nice okay okay